Es ist einer der übelsten und empörendsten Missstände unserer Gesellschaft, dass wir alle unter Androhung von Pfändung und Gefängnis gezwungen werden, für Schreibtischtäter wie Jan Böhmermann zu bezahlen. Jan Böhmermann ist die mediale Inquisition der linksgrünen Elite, der Vollstrecker der richtigen Ansichten, der Schläger-Trupp der Guten. Jan Böhmermann ist dafür zuständig, dass niemand medial aus der Reihe tanzt, dass niemand das System hinterfragt, dem Jan Böhmermann dient. Mit Jan Böhmermann werden wir gezwungen, für unsere eigene Umerziehung auch noch zu bezahlen. Das ist die größte Demütigung, die man freien Menschen zufügen kann, ihnen ihre eigene Unterdrückung auch noch in Rechnung zu stellen und jeden zu bestrafen, der nicht den Tribut an die Schreibtischtäter wie Himmler und Böhmermann entrichten will. Jan Böhmermann ist die Gallionsfigur des neuen Klassenkampfes, der mit gnadenloser Entschlossenheit von links oben gegen rechts unten von einer neuen Elite, einer neuen autoritären Herrscherklasse gegen die Mehrheit geführt wird. Jan Böhmermann lässt sich für seine mediale Scharfrichterarbeit fürstlich entlohnen vom System. Das System zahlt Jan Böhmermann jedes Jahr 600.000 Euro, Geld, das zuvor den Menschen weggenommen wurde, die Jan Böhmermann verachtet, gegen die er kämpft mit der geballten Macht und Reichweite des ZDF. Böhmermanns Chef Norbert Himmler spielt dabei die Rolle des deutschen Feiglings, der natürlich sieht, was dort geschieht, der es aber nicht mehr wagt einzuschreiten, weil sein Geschöpf zu mächtig geworden ist. Norbert Himmler wird sagen, er könne doch nichts dafür, er habe doch bloß Böhmermanns Vertrag unterschrieben, was hätte er denn tun sollen? Norbert Himmler mit dem nächsten grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Das Foto hat eine vollkommen klare Aussage. Wer sich dem grünen Machtanspruch entgegenstellt, der bekommt es mit Himmlers Sturmtruppen zu tun. In seiner Sendung ruft Jan Böhmermann vollkommen offen und unverhohlen, oder wie er sagen würde satirisch, zum Mord an Menschen auf. Schauen Sie. Liebe DreisatzzuschauerInnen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Nazis-Keule. Nazis, das sind für Jan Böhmermann übrigens nicht einfach Rechtsextremisten. Schauen Sie hier, zu diesem Bild von Friedrich Merz schreibt Jan Böhmermann auf Ex. Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten. Ein Nazi, Böhmermanns Lieblingswort, das ist für Jan Böhmermann also schon der CDU-Vorsitzende, Friedrich Merz. Solche Leute sollte man laut Jan Böhmermann keulen. Genau das sagt er, also massenhaft töten. Können Sie sich vorstellen, was in diesem Land los wäre, wenn ein öffentlich-rechtlicher Moderator dazu aufrufen würde, massenhaft Grüne zu ermorden? Genau das tut nämlich Jan Böhmermann hier. An dieser Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen mit einem wichtigen Hinweis. Wussten Sie eigentlich, dass unter Lauterbach den Gesundheitsminister die Anzahl der unerwünschten Behandlungen wie Impfungen, Organspenden usw. drastisch zugenommen haben und um sich jetzt eben davor zu schützen, müssen Sie sich eine Patientenverfügung zulegen, in dieser Ihren Willen formulieren und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Webseite und dort gibt es auch die Dokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte, passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Abgesehen davon, dass man im wahnhaft flackernden Blick von Jan Böhmermann erkennen kann, was autoritäre Ideen im Kopf von Menschen anrichten können, ist eines hier doch vollkommen eindeutig. Jan Böhmermann sieht sich als oberster Niederbrüller allen Widerspruchs. Wer es wagt, die Stimme gegen die linksgrüne Orthodoxie, gegen den sektenhaften Deutschlandhass der Linken zu erheben, den erklärt Jan Böhmermann gebührenfinanziert zum Staatsfeind. Menschen von gestern, die nicht auf seiner Linie sind, will Böhmermann im Klo der Geschichte herunterspülen. Diese Sprache ist übrigens typisch für Jan Böhmermann. Er liebt solche Vergleiche. Er ist hängen geblieben in der Fäkalsprache. Wo andere Menschen ein Gehirn haben, hat Jan Böhmermann ein Furzkissen. Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass Böhmermann der Scharfrichter des Systems der neuen autoritären Linken ist, so wurde dieser Beweis jetzt geliefert. Am Mittwoch wurde Jan Böhmermann mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Der Fernsehpreis, das ist eine Art Orden für staatstreues Fernsehen. Die Jury besteht ausschließlich aus linksgrünen Mitläufern der neuen herrschenden Ideologie. Sie belohnen, wer ihre Macht und die Macht der Partei sichert. Hier sehen Sie, wie Himmler im Publikum sitzt und sich für seinen eiskalten Agitator freut. Noch einmal. Nur wenige Tage, bevor ein Gericht gesichert feststellen wird, dass Jan Böhmermann einen Menschen mit Falschbehauptungen und Zersetzungsmethoden wie bei der Stasi zerstört hat, finanziert von ihren Zwangsgebühren, nur wenige Tage, bevor Norbert Himmler es schriftlich und amtlich haben wird, dass er persönlich verantwortlich ist für die öffentliche Vernichtung eines unbescholtenen Mannes, verleiht man Jan Böhmermann noch die höchste Auszeichnung des medialen Establishments. Und Himmler sitzt grinsend daneben. Man muss es so klar sagen, ein solches System ist nicht mehr reformierbar. Ein solches System gehört abgeschafft. Der beliebteste Trick von Jan Böhmermann ist, immer dann Sortiere zu rufen, wenn er für seine Propaganda kritisiert wird. Jan Böhmermann ist, wie alle deutschen Schreibtischtäter, ein erbärmlicher Feigling. Deswegen möchte ich ausdrücklich hier sagen, dieser Text über Jan Böhmermann war keine Satire. Jedes Wort habe ich genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Jan Böhmermann ganz allein ist Grund genug, das System der Zwangsgebühren ein für alle Mal abzuschaffen. Niemand in diesem Land sollte gezwungen werden, für die Vernichtung von Menschen zu bezahlen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre persönlichen Dokumente und bis bald dann zum nächsten Video.